wunderschönen guten tag meine damen und herren heute ohne anmord heute ein kurzes video ich kann nicht mehr ohne witz ich sitze gerade seit über einer stunde daran etwas also ich habe einen kumpel in kanada und für den wollte ich ein video aufnehmen wirklich so nur für ihn was dann auf nicht gelistet steht ich im link schicke und alles mögliche und ich sitze gerade seit über einer stunde daran habe sämtliche e-mails von ihm auf monitor 2 und 3 offen und krieg es trotzdem nicht hin irgendwas vernünftiges wieso habe ich ein 2v2 so verpist ich jetzt mal an der stelle danke thanks for hosting auf jeden fall also ich habe gerade wirklich anderthalb stunden daran gearbeitet für den video zu machen und danke dass man mit mich so dermaßen tatkräftig unterstützt damit hätte ich wirklich nicht gerechnet das ist echt zu großzügig feg dich doch mal bitte und ich habe jetzt gar keine zeit mehr noch irgendwas zu schneiden ich weiß gar nicht ob es überhaupt noch pünktlich und kommt also wenn es zu spät ist tut mir ultra leid ich werde jetzt noch einen fight machen und dann war es das es tut mir leid ich bin fertig mit den nerven ich habe auch gar keinen bock mehr ich habe ich bin einfach so ähm da und ich wollte heute eigentlich noch streamen ich wollte ja eigentlich so eine ja ich bin ich bin ich meine ich streame nicht krass daily aber ich streame ein bisschen was auf twitch und so und ich wollte eigentlich jetzt noch was streame heute aber ich bin echt so platt ich hätte nicht gedacht dass ich dafür eine stunde brauche und trotzdem noch nichts habe und ich meine ich habe sogar gesagt dass ich das uncut mache weil es doch ich bin halt nicht gewollt eine halbstündige aufnahme oder sowas zu cutten das mache ich auch nicht für meinen youtube und für meinen youtube benutze ich nicht mal alter bist du behindert oder was danke für meinen youtube schneide ich halt nicht mal irgendwie 20 minuten aufnahmen weil ich darauf einfach gar keinen bock habe und nach zehn minuten fertig bin mit den nerven also es tut mir leid ich hatte gerade acht aufnahmen versuche wo immer irgendetwas noch schief gegangen ist dann auch noch das mit dem äh kumpel aus kanada leute ich bin fertig mit dem nerven ich hoffe ist es für euch nicht so schlimm ich hoffe ihr hattet wenigstens schönen tag bei meiner war dezent beschissen bis dahin